Mal wieder Zeit für den Friseur und du brauchst spontan einen Termin? Tja, dafür müsstest du ihn aber erstmal erreichen. Und selbst wenn du es schaffst, musst du erstmal fünfmal deinen Namen buchstabieren und verstehst kein Wort durch die ganzen Hintergrundgeräusche. Doch genau in dieser Zeit wartet schon ein anderer ungeduldiger Kunde aus seinen Haarschnitt. Warum dauert das denn auch so lange? Mit Flotti wird der Prozess zum Kinderspiel. Termin auswählen, anfragen, klick und fertig. Nie wieder lange Wartezeiten. Fix und schnell. Flotti, deine Termin-App. Flotti, deine Termin-App. live-programm. libenach. unsристBathP verans et foto sind passiert. limber nach 10 kmoure. recordings,